Soll sich was schämen, wer mir mehr gibt. Teufel der Prärie. Ein Film voll Spannung und Dramatik. Ein Film von atemberaubender Härte. Teufel der Prärie. Der verzweifelte Kampf der Rancher gegen die Übermacht der Banden des Westens, die das Land in einen wahren Hexenkessel verwandeln und vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Aber da galoppiert er schon heran. Rocky Cameron, der einsame Reiter. Sein Freund Fussi dagegen, der träumt hier noch von Schnaps und hübschen Mädchen. Wenn der Bart nicht mehr wäre, wäre es direkt eine Schönheit, Fussi. Du nimmst dein Affenschnütchen ja reichlich voll, mein Lieber. Ich möchte nur wissen, wie du dir das praktisch vorstellst. Das wirst du gleich sehen. Na, dann mal los. Steck die Kanone weg. Bist du verrückt? Wozu du nur deinen Kopf hast? Na, zum Haare schneiden und du? Gelegentlich auch zum Nachdenken. Fertig, Butsch? Ja, ja, total fertig. Nicht so lahm, Mensch. Du kommst schon. Weißt du nicht, dass jetzt Mittagsruhe ist? Bist du allein? Allerdings. Und ich wünsche es, aufzubleiben. Stopp! Was ist denn los? Pssst! Du hast mich engagiert und rausgeschmissen und trotzdem arbeite ich für dich. Nee, das ist ein Irrtum. Los, feg ihn vom Gelände. Einen Moment. Morgen, Jake. Freue mich, dich wiederzusehen. Vermutlich sollen wir jetzt die Gangster massakrieren. So ungefähr in erster Linie sollen wir Beweise sammeln. Teufel der Prärie. Ein Film von unerhörtem Tempo, voller Härte und verwegenem Draufgängertum. Teufel der Prärie. Ein Film, der sie pausenlos in Spannung hält. Wenn hier einer kiebig werden will, antworten wir mit Dynamit. Keine Bewegung, sonst puste ich euch aus. Hände hoch! Hände hoch!